Wir haben jetzt noch ein anderes Thema. Ich habe den Paaren sechs Figuren gegeben in Samba. Und zwar ist das einmal Christina C. So, ist das einmal die schöne Figur Promenade to Counter Promenade Run, die man ja auch in verschiedener Form tanzen kann. Es ist die Figur Zick-Zack, haben wir mal die klassische Zicke-Zack-Gedralala. Tanzt man ja auch anders ein bisschen heute, oder kann man anders tanzen, obwohl das auch wieder mal eine Möglichkeit wäre. Es ist die Figur Rechtsrolle. Es ist die Figur Backrock. Es ist die Figur Wischer. Und es ist die Figur Batucana. Rat-Hand, Schnigidi, Babada, Schnusiti, Dada, Dada. Okay, so. Diese Figuren habe ich den Paaren gegeben und gesagt, sie sollen bitte jetzt kreativ aus den Figuren etwa so vier Achter, also vier Phrasings, kreativ zusammenstellen. Ja, so, und dann nehmen wir mal zuerst, sehen wir Christina Luft und Evgeni Bino-Kurov mit, ja, ihrer kreativen Zusammenstellung. So, es gibt eine wunderschöne neue Samba zu kaufen. Wer die noch nicht hat, der hat Pech gehabt. So, wenn Sie nämlich auch beim Eurovision Song Contest dieses Jahr erleben wollen, dann sollten Sie mal schon erstmal die Platte stellen. So, es gibt eine Wunderschöne. Okay, thank you very much, Christina. Okay. So, interessant. So, als zweites sehen wir Marios Ballern und Christina Kay. Christina muss jetzt werden schon gebrauchen. It's great. Okay, thank you very much. Okay. And last but not least, Martha Arndt und Harald Pazelli. Wollt ich mich schon? Nee. Wollt ich mich schon? So, ich denke mal, es ist interessant, gerade jetzt, das haben wir toll gemacht. Super, sehr gut. Und ich finde interessant, haben Sie ja ganz sicher auch gesehen, dass dort wirklich ganz wenige Effekte drin waren. Der Rest war eigentlich basic. Das waren Prominent, Backbox, Rechtsrollen, Sixer-Action, also wenige Effekte, mit Haupt-90%, 80% Basics kombiniert. Natürlich hervorragend getanzt, hervorragend getimt, mit super, super guten Unterschieden in Geschwindigkeiten und vom Timing. Und deswegen, was uns dann letztendlich sagt, es ist eigentlich wichtig, wie man tanzt und nicht, was man tanzt. Ja, okay, das ist eigentlich das, was auch meine Aussage sein sollte. Und ihr habt einen tollen Job gemacht. Ich danke euch sehr, dass ihr mich so unterstützt habt. Das war sehr positiv. Und ja, ich finde euch alle super klasse und wünsche für die neue Saison einen Riesenerfolg. Und jetzt habt ihr nur mal die Ehre, den Rumba noch mal zu tanzen. Nach schneller Musik. Wollt ihr? Wollen wir mal probieren? Yes, okay, so we try the Rumba to normal competition tamping. Okay, so maybe you take this part, okay, we saw, why would we choose this one? Whatever. You want this one? You like this? Because we said, there's, you go to Wilfried, that's nice. To Krad-Württemberg, yes. So, and we have, and we take Timo and that's it. Okay, good. So, jetzt kommt ein Lied, was in Russland nicht in der Hitparade war. Russland zeigt, da wohnt. Russland zeigt, da wohnt. Russland zeigt, da wohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Dankeschön.